Wir spielen mal wieder Bombe, nach gerade eben Bereich Sichern und damit Hallunderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Nein, bringt ihn um, den Fuse. Warum? Der Fuse genommen auf Konsulat ist ja die Einstiegsgarantie für das Großraumbüro oben. Außer man wird umgebracht. Wir müssen eine Bombe aufschwören. Die Garage ist sauber. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Kamerafrau haben sie. Und Kaschle. Kamerafrau hat schon ein paar Antibaggen bekommen mit der Twitch-Drohne. Kapkan. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Hast du Kapkan schon gesagt? Hihi, ja. Hat auch eine Mine bei mir angebracht. Ah, Kessel. Oh, oh. Oh, hat den auch noch. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Weil Kitty? Sag, was ist das denn? Gelangst du der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Kamerhauptdenker kaputt. Nein, meine Mine. Äh, meine Mine sage ich. Ah, meine Drohne ist weg. Ash, wer war das? Ach. Ja, Ash war was. Warum verschwindet die Echtgeschoss an so einer Stelle? Ist doch doof. Genau auf der Mauer angekommen. Oh, zum Glück kommen wir hier rüber. Nein! Zugangssperre bei mir noch zerstört. Was geschieht hier recht? Äh, ich schätze mal den Echtgeschoss nicht verschwindet. Wenn ich die jetzt aufhebe, sterbe ich doch. Das ist hier vier Grabschfrau an der Garage. Oh. Entschuldigung, Horkai. Soll nicht so ein Miststück sein, ja. Sprengbereich räumen! Gegner ist gleich gegangen, Frau Freude. Eine Lesion. Lesion am gelben Ping. Ich hab nichts mehr! Lesion ist bei der Garage. Ich hab nicht gesehen, dass du die schon getroffen hast, Horkai. Tut mir leid. War wer verletzt? Das ist ein Balkon, oder? Äh, nee, oben. Ja, hier. Bei der anderen Bombe. Hinten, kennst du das. Okay. Das wird nix. Pass auf, der kann nicht von da treffen. Vorsicht, EMP. Vorsicht, EMP. Der Scherf liegt auch noch so nah im Handraußen. Er scheint links von dir aus gesehen. Ja. Mehr von dem Mg. Vom Fenster. Jetzt sehe ich das Fenster nicht mehr. Das geht sowas von schief. Nein, ich hab ja gar keine Drohne mehr Scheiße. Ja, müssen wir da zusammen vorne rein. Weil hier wird bestimmt jemand hocken. Na, wir haben jetzt Zeit. Ja. Na. Hinter dem Empfang liegt was nicht mehr. An dem Fenster war jemand im Gamping. Kaum noch leben. Geh nachladen und reinrennen. Und tot. Hm? Sind jetzt kaputt. Worn, 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 worn. Scheiße. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ich wollte noch hinter die Säule Entdeckung, aber dass die uns da entschärfen lassen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Entschärfer wurde deaktiviert. Mission gescheitert. Oh, wie das ist ich voll. Sind die doof. Der hinter dem Empfang war ja lustig. Oh ne, jetzt sind wir da auch. Wer war es denn hinter dem Empfang? Engländer. Wen hatten die? Ich glaube, es war ein Grauer. Auf jeden Fall kam der von uns aus gesehen rechts da rum. Ich glaube auch liegend dann am Ende. Einfach mal einen Schuss gegeben weg machen. Aber vorher, glaube ich, vom Klavierzimmer aus, Kapschfrau aus dem Fenster geschossen. Die Bomben schützen. Nein. Ich mache die beiden Lücken zu. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Warnverstärkung in Rumpfstelle. Welche Magazine? Störend eingesetzt. Blutke schnell angeschossen. Wer macht denn sowas? Wurde, ist die immer so angeknackst? Ne, es geht schon gleich los. Ich habe nur so viel zu tun. Außenkameras gucken beim Haupteingang wäre ganz gut. Böses Auge ist bereit. Böses Auge aufpassen. Oh Gott, er ist schon offen. Der Kapkan hat die Ruhe weg. EMP-Mann bei der Garage. Kapkan ist raus. Toll, Ella ist auch schon tot. Haupt...Tür ist noch zu, Haupteingang. Na, die schießen aber hier durch. Die haben den Scherzern nach hier vorne. Okay, Fuse. Oh, kacke. Fuse, Vorsicht. Fuse bei A. Hat das Böse Auge, natürlich. Nein, das zweite Böse Auge... Ne, es lebt noch. Jetzt nicht mehr. Luke ist offen zum Keller beim Empfang. Wer da rein will, Vorsicht. Luke offen in den Keller. Okay. Zwei an der Wendeltreppe. Zwei Wendeltreppe. Äsch und Buck. Unser bloß neben P. Das Besorge ist noch da. Ah, krass. Okay. Serefina, bitte ins Böse Auge gehen. Die sind beide da, ne? Oder? Scheiße. Hat mich... Ich habe einen Verletzter auf der Treppe. Sie haben einen Verletzt. Ich bin auch verletzt. Ein böses Auge ist und da ist gestört. Ich lege noch Verletzte im Klavier. Serefina markiert hinter dir. Nein. Eigenart hoch eliminiert. Mission gescheitert. Ihr könnt doch gar nicht so schnell... Oh, von oben. Ach nee, der war unten. Hä? Hä? Der hat dich, weil du der Letzte warst. Wahrscheinlich nicht. Ach, und deswegen habe ich jetzt irgendjemanden gesehen. Habt ihr jetzt auch Fuse gesehen? Ja. Aber warum zeigen die nicht den, der... Ey, gut, ich bin zuletzt gestorben. Und das war... Der, der auf der Treppe verletzt lag, aber... Mann, ey. Wahrscheinlich war er nicht verletzt. Nee, der nicht, aber der, der mich umgebracht hat, der war verletzt. Der dann Hawkeye... Den Hawkeye dann erwischt hat und deswegen war er dann... Nicht in der Killcam zu sehen. Weil der, der mich verletzt geschossen hat, der ist gestorben durch Hawkeye. Mhm. Und die sagen ja... Hätten vielleicht auch erst liegen lassen sollen gegen Buck. Buck hat die Granate echt beschissen geworfen, weil das böse Auge war bloß durch EMP-Mann gestört. Automat sauber. Ich fahr hoch. Oben wieder, oben. Konsulbüro und nebenan Läsion haben sie. Und Echo. Capcan und Kaschle. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Sehaufina ist ganz nah dran. Fünf Sekunden. Am letzten Fragezeichen. Das bestimmt gab schon, die ist im Keller. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Ach, nö. Wer von wo? Du überlebst das. Brook ist der letzte, glaube ich. Der sitzt irgendwo. Oh. Alter, holst du dich denn? Der Motenping? Ja, der sitzt hinter der Holzwand. Entschärfer ist jetzt gesichert. Ja, das ist Fenster doch noch offen. Beide Fenster. Balkon oben ist zu. Was sagen, MG, wo bist du denn? Hm, nahe, beim Großherrbüro. Okay. Nichts zerstört doch Zugangssperre. Oh. Bis jemand unten bei der Garage rausgeht. Es geht schief. Weißt du, ob jemand bei dir drin ist, Hockey? Nee. Hab gar nichts. Ich geh da gleich oben rein. Okay. Gut zerstört. Okay, ist der angeschossen. Bin jetzt drin im Großherrbüro. Besser ist hier bei... Ich guck. Eine Minute noch. Ich guck mal, ob jemand im Bad ist, Hockey. Bad ist sauber. Mina rechts an der Tür. Du könntest rein, Hockey. Ist grad niemand zu sehen. Serefina kann ja mal vorne gucken. Ich guck mal in deinem Fenster noch mal nach einer Mina. Ist nix, wie es aussieht. Vorsicht, Mina. Den hab ich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich hab jetzt rausgerannt. 30 Sekunden. Ich hab ja... Oh, scheiße. 20. Bei mir ist jemand am Camping. Treppenhaus links. Session. 15 Sekunden. Entschärfung zurückgeholt werden. Ah, hat nix mit. Wirst'n doch aufgenommen. Scheiße. Cup-Kamine gefunden. Haben wir jetzt so viel rumgebummelt. Mann. Ja. Aber immerhin hat der Einstieg wieder funktioniert. Ich warte noch auf den Moment, bis ich da mit Fuse, wie ich es immer mache, einsteige und mich einfach jemand von der Seite umbringt. Weil der Raum ist ja groß. Wie dieser einen, mit diesem einen Streusprengsatz, ist es ja nicht getan. Bis es wirklich mal komplett schief geht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. 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 Tschüss.